dazu geäussert. Können wir vielleicht schnell hören, was der Papst gesagt hat? And for a courteous greeting, which I warmly reciprocate. I also thank the singers, the musicians who have entertained us with their fine performance. Äh, performance habe ich verstanden. Er ist ein gescheidener Kieb, aber wir verstanden schlecht. Schade, gut, kommen wir zur Kieb.